. Iberos kriegt den Ball nicht. Chance für Ibe. Die beste des Spiels. Mit dem Abschluss von Miralem Suleyman. Und gekämpft ist die Partie. Aber auch geprägt von wenigen Tormöglichkeiten. Hier kommt eine! Asale! Ins Außennetz. Raben. Bleibt dran, bleibt am Ball. Das ist das 1 zu 0. Das ist das 1 zu 0 für Ibe. Ein Prachtstor von Jori Grave. Die guten Ideen beim Basler Angriff. Im Moment. Das Momentum für die Young Boys laufend. Suleymani! Das muss das 2 zu 0 sein. Den Ball muss er versenken. Ein Mann von der Klasse des Miralem Suleymani muss hier das Tor treffen. Das ist fast ein Elfmeter, den er verschiesst. Und das hier ist der Energieanfall von Kevin Mbabu. So hat Asale noch bei sich. Aber er hat auch so vor sich nichts draus gemacht. Suleymani. Über die Mauer ins Tor! Besser geht es nun wirklich nicht mehr. Sie haben in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Basel musste sich nicht zu steigern. Jetzt aber lang! Haarschauf! Am Anschlusstor vorbei. Michael Lang! Um ein Haar! Stünde es jetzt bloß noch 2 zu 1.